Moin Leute, die neue Halle der Helden mit Ludo ist am Start, dem Feuer-Würfel-Magier und wir gucken uns heute einmal gemeinsam an, lohnt es sich den Kollegen zu bauen oder ist es halt vielleicht eher wieder mal so ein Monster, was man für Skill-Ups nutzt. Das schauen wir uns heute in dem Video ein bisschen genauer an und ich würde sagen, wir starten rein. Doch bevor es damit weitergeht, noch ein kurzer Shoutout von dem Sponsor für dieses Video, das ist die Huawei App Gallery, die auch in diesem neuen Jahr, im Jahr 2023, wieder neue Rabatte für euch parat hält. Und jetzt so bis zum 31. Januar, wenn ihr Summoners War über die Huawei App Gallery installiert habt und darüber Geld ausgebt, dann habt ihr wieder Zugriff auf exklusive Angebote und in dem Fall ist das, dass ihr wieder Cash-Coupons habt, die jetzt nochmal stark verbessert worden sind. Bis zu 29% Rabatt könnt ihr hier erhalten, wenn ihr die App Gallery nutzt und Summoners War darüber, also für Summoners War dann Geld ausgebt. Könnt ihr hier solche kleinen Flammen sammeln in dem Event, was dazu gerade gestartet ist, in diesem Zeitraum, den wir hier oben haben, stehen haben, vom 6. bis zum 31. Januar. Und die Coupons wurden nochmal deutlich verbessert in dem, was ihr sonst so vielleicht kennt. Das heißt, ihr habt also größere Coupon-Möglichkeiten, wenn ihr auch noch mehr Geld lasst. Wie gesagt, das ist ein Cash-Back-System, das heißt, ihr bekommt dann im Nachgang diese ganzen Coupons, nachdem ihr eingekauft habt. Und das ist doch noch eine schöne Möglichkeit, dann für den zweiten Kauf sozusagen nochmal ordentlich zu sparen. Und ihr seht, ihr sind auch teilweise richtig krasse Coupons mit dabei. Wenn das was für euch ist, dann habe ich alle Informationen dafür in der Videobeschreibung für euch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Video. So, dann gucken wir uns nochmal den Würfelmagier in Feuer ein bisschen genauer an. Das hier im Hintergrund ist er nicht, aber falls ihr einen Wehrad haben solltet und jetzt gerade in der Zeit der Halle der Helden, macht doch einfach mal für eure Freunde vielleicht, die kein Wehrad haben oder die es vielleicht auch ein bisschen schwieriger haben, durch die Halle der Helden zu kommen, haut doch einfach mal in der Zeit als Hauptmonster euren Wehrad rein. Wichtig ist, dass er wenigstens plus 100 Speed hat, vielleicht sogar ein bisschen schneller, so plus 120 kann auch sein. Der muss nicht auf Gewalt sein oder was auch immer. Wichtig ist der Speedwert, vielleicht ein bisschen Defense und dass ihr so um die 50 ACC habt. Mehr braucht ihr da eigentlich nicht in der Halle der Helden. Und dann könnt ihr ihn sozusagen als Hauptmonster einstellen und für andere nutzbar machen. Und deswegen, so habe ich das auch auf dem kleinen Account, den ich hier angespielt habe, schon erlebt, dass das sehr hilft. Vor allem auch am Anfang anderen Leuten und das würde ich nochmal so jetzt vorne wegschieben. Und jetzt gucken wir uns Ludo an. Ludo ist ja der Feuerwürfler. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Und der Feuerwürfler und generell die Würflerfamilie ist ja einer, die sehr vom Zufall abhängig ist von dem, was die halt so würfeln. Und Ludo ist da das Paradebeispiel, kann man sagen, dass der wirklich super abhängig ist davon, was hier gewürfelt wird. Sein Passiv ist das, was ihn wahrscheinlich so ein bisschen einzigartig machen soll, aber der Würfler ist selber halt nicht so der Knaller. Gerade wegen dem Passiv. Wir lesen uns den Passiv wenigstens einmal durch, dass ihr das schon mal wahrgenommen habt. Hier steht, es wird am Anfang jeder Runde und am Anfang des Kampfes, also quasi immer am Anfang der Runde, wo Ludo dabei ist, wird gewürfelt. Und je nachdem, was für eine Zahl auf dem Würfel passiert. Hier steht dann entweder, wenn die Zahl der Würfel hoch ist, also hoch bedeutet 4, 5, 6 ist hoch. Dann bekommt ihr dann entweder einen 70% Schadensboost beim Angriff. Das ist ja auch nicht so schlecht. Aber wenn ihr jetzt eine kleinere Zahl würfelt, also 1, 2, 3 werfen würdet als Würfel, dann habt ihr die Möglichkeit, dass hier gar nicht mit Schaden irgendwie interagiert wird, sondern da kommt ein ganz anderer Effekt auf einmal. Und dann heißt hier, dass der Schaden, der vom Gegner zugefügt wird, jetzt gesenkt wird, wenn die Zahl der Würfel niedrig ist. Wie viel gesenkt steht hier nicht? Vielleicht auch 70%. Ich kann es nur vermuten. So genau werden wir jetzt hier keinen Aufschluss kriegen aus der Beschreibung. Und hier steht noch weiter im letzten Satz, dass dieser Effekt sich nicht akkumuliert mit anderen schadensreduzierenden Effekten. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Passiv hier irgendwie über die Zeit hochstecken kann. Also das heißt, du würfelst einmal, kriegst vielleicht den 70% Schadensboost. Ja, und dann, wenn du wieder gewürfelt hast, wird wieder neu ausgerollt. Entweder 70% Schadensboost oder Schadensverringerungseffekt. Soviel zu Ludos Passiv. Jetzt haben wir die zweite Fähigkeit an Lucky 7. Die haben, glaube ich, so ziemlich... Morris hat die auch. Ich glaube, genau Tablo hat die auch. Also die sind die drei Würfler, die insgesamt die an Lucky 7 haben. Hier wird auch wieder gewürfelt. Hier werden zwei Würfel geworfen. Und je nachdem, was ihr werft... Also das bedeutet, wenn ihr doppelte Zahlen... Also wenn ihr immer die gleichen Zahlen werft, dann kriegt ihr nochmal eine Runde. Nicht so schlecht. Aber dann, wenn die Zahl größer ist als 7, könnt ihr den Gegner betäuben. Und wenn die Zahlen kleiner sind als 7, die insgesamt drauf sind auf den beiden Würfeln, dann könnt ihr nur den Angriffstempo-Debuff machen. Die zweite Fähigkeit könnte man vielleicht in so Bereichen wie den Turm der Prüfungen nutzen. Ja, also gerade wenn ich so sehe, Angriffstempo-Debuff ist Minimum dabei. Und wenn es der nicht ist, dann wird entweder eine neue Runde ausgewählt oder ihr betäubt. Könnte was sein für den Turm der Prüfungen. Gerade so in Kombination mit so Monstern wie Tyrant vielleicht. Aber das bessere Monster für den Turm der Prüfungen in Form von Kontrolle ist wahrscheinlich einfach der zweite erweckte Greif. Und das ist ein 3-Sterne-Monster, wenn es darum geht, Angriffstempo-Debuff zu verteilen. Und eben gerade schon erwähnt, für Stunts noch ein bisschen besser als ein anderes 4-Sterne-Monster. Was sowohl Stunts als auch Tempo-Debuffs verteilen kann. Und das ist der gute Tyrant. Also ich weiß nicht, ob ihr Ludo dafür unbedingt braucht. Das ist so eine Sache. Erste Fähigkeit ist dann von Ludo die, wo ihr, die haben glaube ich alle Würfelmeister, Würfelmagier, Würfelmeister, perfekt. Die Würfelmagier, dass ihr wieder zwei Würfel raushaut. Und je nachdem, was auf diesen Zahlen halt draufsteht, bekommt ihr unterschiedliche Effekte raus auf der ersten Fähigkeit. Entweder habt ihr hier unwiderruflich drauf, Dev reduzieren oder Chance auf einen Streifschuss. Und ich glaube sogar, wenn ihr darunter seid, wenn ihr doppelte Zahlen werft, dann könnt ihr wieder neue Runde bekommen. Das sind so die Möglichkeiten, die es hier auf der ersten Fähigkeit gibt. Und ja, dann wundert euch nicht, wenn ihr jetzt mal nach Runen sucht und hier nach Empfohlen sucht, dass hier teilweise richtig alte Reviews drin sind. Der Ludo ist an sich selber nicht so der Knaller. Also das hat man jetzt vielleicht auch schon raushören können. Der Passiv ist ziemlich underwhelming aus meiner Sicht. Und auch der Fakt, dass er glaube ich nicht stackt, also wir gucken uns gleich nochmal in der Welt Arena an, der stackt auch nicht, macht es für mich noch ein bisschen, ja, nicht so schön. Wirklich nicht so schön. Und wir gucken mal, wofür könnte man Ludo nutzen. Also das Erste, bevor wir jetzt ins Gameplay rein starten, wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, was ihr mit Ludo macht, behaltet, wenigstens eine Kopie von Ludo behalten. Die restlichen Kopien könnt ihr dann gerne in Skillups packen. Wenn ihr den Würfler in Licht habt, dann ist das wahrscheinlich das primäre Ziel, was ihr aussuchen solltet. Der Würfler in Licht hat die dritte Fähigkeit, die übel gut ist, plus die 24er Speed Lead. Damit könnt ihr quasi dafür sorgen, dass euer Team zweimal rankommt, bevor der Gegner überhaupt eine Runde zieht, wenn ihr Tableau richtig gebaut habt. Und ein Monster, was jetzt in dem Belagerungskampf, doch im Geno-Belagerungskampf sehr mehr Relevanz bekommen hat, ist Monte, witzigerweise. Montes dritte Fähigkeit hat nämlich, zumindest aktuell ist es so programmiert, seht ihr hier, dass sie wieder geworfen, dass sie wieder Würfel geworfen werden und er dann das HP-Verhältnis des Gegners in abhängiger Zeit von der Augenzahl neu verteilt. Und ich glaube, der Würfel des Schicksals ist quasi so ausgeprägt, dass der nicht gezielt immer auf Elemente geht. Also dass der quasi so ein bisschen elementneutral ist und damit unvorhersehbar. Also auch vielleicht für die Belagerungskämpfe sieht man, zumindest in den höheren Bereichen, hat man jetzt in letzter Zeit öfter Monte gesehen, weil der noch mehr Zufälligkeit drin hat in der Defense. Was dazu führt, dass das ja optimal ist für so eine Defense. Du willst ja vor allem auch in der Defense so eine Unberechenbarkeit drin haben, aber auch, dass das Monster irgendwie Schaden macht. Das kann Monte. Also wären dazu mindestens die beiden Varianten, wo ich sagen würde, da könnte man die Skill-Ups reinpacken in die LD-Version. Und ich glaube, Monte war sogar auch schon mal der Helden, meine ich. Bin mir jetzt gar nicht zu sicher, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es ja noch Morris, der ist momentan genauso Giga-Lost und Reno ist der Budget-Budget-Budget-Budget-Budget-Budget-Budget-Lucian. Also der ist wirklich Shit. Und ja, deswegen geht ihr für Ludo wahrscheinlich für die Skill-Ups. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen in die RTA, um wenigstens mal so ein paar Replays zu sehen, um zu gucken, okay, es gibt Leute, die den schon mal gespielt haben. Und ja, ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr das genauso nutzen wollt oder ob ihr eher für den ersten Vorschlag mit den Skill-Ups geht. So, ich habe euch hier mal ein RTA-Replay vorbereitet oder rausgesucht, wo wir Ludo jetzt in Aktion sehen. Und hier muss man wirklich sehr aufpassen. Deswegen müssen wir gleich sehr viel mit der Pause-Taste spielen, weil bei Ludo, jetzt sehen wir es, passieren immer ganz viele Dinge gleich. Wir sind nämlich im Hintergrund noch mal Würfel und jetzt muss man auf die Augenzahlen mal gucken. Was steht da? Da steht eine 3. 3 bedeutet Schadensreduktion. Wie wir gerade im Skill gelesen haben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja, wir sehen erstmal, dass hier sehr viel, also Würde hier die erste Runde gezogen hat. Moore ist, also Würde hier wird wahrscheinlich auf Tempo sein. Moore versucht hier zu stunnen auf Qual. Und jetzt hat Marsha den Defense-Brack auf Molly nicht getroffen, was nicht so unüblich ist, weil Molly logischerweise diesen Glancing-Debuff hat. Wir sehen jetzt Karma auf Taylor. Ich muss hier mal ein bisschen pausieren, damit man so sieht, was passiert. Und das heißt, mit Karma drauf wird er keine seiner Fähigkeiten nutzen. Das macht er jetzt auch nicht. Er macht nur Trampeln, also nicht davon beunruhigen lassen. Der hat jetzt nicht durch seine Schadensreduktionen ganz wenig Schaden bekommen, sondern der Typ konnte einfach seine Fähigkeiten nicht nutzen. Das ist die Magie dahinter. Jetzt kommt, jetzt wird der Tablo wieder, es wird ja nicht der Tablo, der Ludo wird jetzt hier wieder rausgenommen. Aus dem CC. Jetzt kommt an Lucky Seven. Kann es dann, ja, oder auch halt nicht. Also wir sehen es gerade. Kriegt nochmal eine Runde. Und ja, passiert da auch nicht so viel. Die Marsha kam da jetzt nicht durch, aber wieder nur die erste Fähigkeit auf Ludo. Jetzt kommt der Crush auf Ludo. Wurde eingefroren. Dann, okay, ja. Also da passiert jetzt nicht so viel. Tablo wurde wieder kontrolliert, um wahrscheinlich auch Schaden von Ludo zu nehmen. Schöner Stun. Und jetzt Defense Break wieder nicht getroffen von Marsha. Und an der Stelle hat der Gegner einfach rausgequittet. Weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel war, wo man sieht, wie toll Ludo ist. Ich glaube, hier war eher Toxic, dass die Molly auf dem Platz war. Und Ludo hat hier bisher noch nicht so viel gemacht. Ich gucke mal, ob wir noch was zweites finden. Dann habe ich hier noch ein zweites Beispiel, wo man vielleicht sehen kann, wie schnell es auch mit Ludo gehen kann in der RTA. Allerdings sind wir hier im Gold 1 Bereich. Hier ist so ziemlich alles möglich, muss man auch dazu sagen. Und wir gucken einmal, wie das Ganze so vonstatten geht. Erste Runde geht an Woosa, der bufft. Und wir sehen auch, dass Ludo hier mit sehr viel Protection gespielt wird. Also Molly, Ludo. Selbst die GU protectet ja in irgendeiner Form. Jetzt geht Ludo rein. Ludo, neue Runde bekommen durch die Würfel, die immer gleich fallen. Und zack, sehen wir jetzt, wie er einfach sich komplett durchwürfelt. So schnell kann auch ein Ludo-Fight gehen. Aber das ist wahrscheinlich total random. Das kann so funktionieren. Oder der Kampf kann noch anders ausgehen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, und derselbe Spieler, den wir uns jetzt die ganze Zeit schon anguckt haben, mit Ludo. Der hat es jetzt auch noch irgendwie in Gold 2 geschafft. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wir sehen wieder Protection hier mit Ludo gespielt. Durch Chandra. Wir haben wieder Molly am Start. Und ganz zum Ende kommt Molong. Wir werden auch vielleicht wahrscheinlich einige Missplays noch sehen, glaube ich. In jedem Fall. Erste Runde geht jetzt an Moor. Also hier der Gegnerteam hat wieder sehr solide gepickt, würde ich sagen. Und jetzt wird hier vor allem versucht, die GU unter Druck zu setzen. Drei Stunts sind schon passiert. Ziemlich Toxic. Und jetzt versucht man sich so langsam wieder zurückzukämpfen. Karma ist auf dem Mei Huang. Ludo hat gerade gar keinen Stich, weil er gestunt. Aber er kommt zurück. Jetzt wird gewürfelt. Ja, aber das hat nicht so viel gemacht. Habt ihr gesehen, da war nicht so viel dran bei Mei Huang. Jetzt wird versucht hier noch, den Ludo zu schützen. An sich ist es eine smarte Entscheidung. Aber die Juno hat da, glaube ich, noch den S2. Jetzt wurde auch das nicht gestrippt. Und ja, da ist der S2. Da kommt er. Zack. Und jetzt ist natürlich auch wieder das Beschützen runter. Zumal ja auch der Chandra gestunt ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt passiert, glaube ich, so ein kleines... Ach nee, er ist provoked worden. Nevermind, kein Misplay. Ja, und jetzt... Glaube, an der Stelle könnte man vielleicht nicht so viel anders machen bisher. Also du bist halt komplett in der Kontrolle die ganze Zeit. Kommst da auch nicht so richtig raus. Ludo hilft dir dabei auch überhaupt nicht mit seinem Kit. Wahrscheinlich ist es eher Molly, die dir da noch helfen wird. Und solange du die ganze Zeit im Provozieren bist, passiert dir erst mal wenig. So, jetzt kommt Ludo wieder. Vielleicht mit dem Comeback auf den Monkey. Oh ja, aber ihr seht, das ist halt super lucky. Wenn das nicht passiert, er kriegt halt ständig durchs Würfel in die Runden. Und jetzt zu den Revenge. War das ein Revenge? Ich glaube, ein Revenge. Und ja, ihr seht, wie viel Schaden die Jodo einfach auf ihn macht. Und zack. Ludo weg. Spiel vorbei. Chandra hat doch, glaube ich, nicht eine Runde gesehen. Also der Chandra hat die ganze Zeit nur geschlafen. Vielleicht wäre das mit ungestunnten Chandra anders ausgegangen. Aber wir sehen auch so ein bisschen den Unterschied. Dieser Ludo in der RTA und die frisch gebuffte Josephine hat auch sehr viel Impact gehabt, muss man sagen. Und die anderen typischen Meta-Monster mit Moore, mit Juno. Also das ist schon mal eine ganz andere Klasse, die da noch mitspielt, als wenn ihr Ludo spielt. Deswegen, glaube ich, für die RTA wird Ludo euch wenig Spaß bringen. So, und zum Abschluss, wenn man nicht nur in die RTA schaut, sondern vielleicht auch mal in andere Content-Bereiche. Wo könnte man Ludo denn stattdessen vielleicht spielen? Wenn er an der RTA nicht so toll ist, wo denn dann? Ich hatte schon mal so angerissen, man könnte ihn sicherlich im Tone der Prüfung irgendwie benutzen, weil er doch sehr viele Stunts auspacken kann. Vielleicht ja auch auf Qual geruhend sowas in der Richtung, weil er ja doch Flächenschaden über die zweite Fähigkeit hat. Aber die zweite Fähigkeit hat auch einen entsprechenden Cooldown. Ansonsten im Gehlen- und Belagungskampf, ja du kannst den im Rivalenkampf nutzen, aber da kannst du auch alles benutzen. Ich glaube hier bei Belagungskämpfen und Weltengehenkampf eher nicht. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man mit so einem Protection-Spiel mit Chandra wirklich spielen kann, was wir in der RTA gerade gesehen haben. Aber so vom Gefühl her habe ich das noch nicht wahrgenommen. Solltet ihr natürlich da draußen wieder eine richtig gute Kombination mit Ludo kennen und sagen, hey, das spielen wir hier oben im Guardian 2 bis 3 Bereich, richtig krass, Ludo OP. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ich bezweifle es allerdings sehr stark. Und genauso wenig würde ich ihn in der Arena, also in der normalen Arena irgendwie sehen. Da gibt es deutlich bessere Lösungen. Deswegen mein Hinweis für euch bei Würfelmagiern, nutzt ihn. Behaltet eine Kopie, eine Kopie behalten für den Fall das Konto, als ihn mal buffen sollte, verbessern sollte. Und ansonsten würde ich sagen, schmeißt ihr die restlichen Ludos, die ihr da so rausbekommt, einfach in die Würfelmagier Licht und Dark. Das heißt, in den guten Tableau, falls ihr ihn habt. Ich habe das Glück, dass ich einen habe, aber meiner ist schon ausgeskillt. Oder in Monte, der für die Belagerungskämpfe aktuell auch öfter im höheren Bereich gespielt wird zumindest. Könnt ihr mal so ein bisschen gucken. Vielleicht können wir ja zu diesem Monte nochmal ein Video machen. Vielleicht kriege ich da nochmal jemanden ran, der mir da ein bisschen Unterstützung nochmal gibt. In dem Sinne, ich würde sagen, das war unser Halle der Helden Video für diesen Monat. Im nächsten Monat gibt es sicherlich wieder eine andere Halle der Helden. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.